Moin moin, liebe FC24-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Play-Review. Wir unterhalten uns heute über die SPC von dem guten Grimaldo, der gestern Abend für 70.000 Coins, ja, ihr habt richtig gehört, 70.000 Coins erschienen ist auf, äh, ja, den Konsolen und den PC, wer jetzt gedacht, na, wo auch sonst. Also, wir schauen ihn uns gemeinsam an, ich hab ihn auf dem Account von den Zuschauern ausgiebig gespielt, ja, abonniert den Kanal, nichts mehr zu verpassen, lasst Like und Kommentat auch nicht wissen zu lassen, was deine Meinung zu SPC ist. Aber ich kann auch hier wieder genauso anfangen, wie eigentlich auch schon bei Harit. Zu dem Preis, wenn man Bock hat auf die Karte, macht ihr nichts falsch und wenn ihr mitnehmen wollt, nehmt ihn verdammt nochmal mit. 70k für einen Grimaldo, der allem voran 4 Sterne Skills und endlich 5 Sterne Request bekommen hat, ja, ist mit das Beste, was der Karte eigentlich passieren konnte, denn er ist 1,71, hat High-High Work Rates, wie gerade gesagt, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Request, ist vom starken Fuß der Links. Und mit dem Incisive Pass, Play-Step Plus und Antizipationen, nearly perfekt fürs Mittelfeld. Leider kann aber ZM nicht als Position spielen, was okay ist, aber nichtsdestotrotz kann er LRV, LV und LM und macht es natürlich dadurch auch relativ simpel, ihn über diverse andere Formationen ins Mittelfeld zu bekommen. Und genau da habe ich ihn letztendlich auch gespielt, ich sehe gerade, die Musik ist ein bisschen laut, sorry. Ähm, wenn wir uns die Stats angucken, hat er 93 Tempo, 83 Schießen, 88 Passter, 91 Tripling, 84 Dev und 81 Physis. Keiner dieser Stats ist jetzt super heftig. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nichts, was wir nicht schon mal gesehen haben, aber zum Preis für eben 70k. Gepaart daran, dass es eben ein Grimaldo ist mit 5 Stern Request und der sehr variabel einsetzbar ist, macht die Karte meiner Meinung nach eigentlich schon preis-leistungstechnisch unfassbar stark. Vielleicht sogar auch eine gute Ecke zu günstig, je nachdem wie man es sieht. Denn er hat 92 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, kommt sogar offensiv auf 93 Sprintgeschwindigkeit, 98 Schusskraft, 98 weiter Schuss, das ist ziemlich nice. Pass-Stats sind durch die Bank weg, solide für den Außenverteidiger, 89 Übersicht, 88 passen leider nur, 88 Freistoßpräzision, why, yay, why? 88 kurzer Pass, 84 langer Pass, 92 Efe, Dribbling-Stats, absolut Zucker, 91 Beweglichkeit, 93 Balance, 90 Bar-Kontrolle und Reaction, 91 Dribbling mit 90 Ruhe, also alles, was das jetzt begehrt. Im Dev-Bereich hat man zwar nur 83 defensives Bewusstsein, dafür aber 87 Abfang, 86 fairer Zweikampf und 84 Grätsche. Hinzu kommt, dass er sogar 89 Sprungkraft hat, 99 Ausdauer, 72 Stärke und 79 Aggression. Dann hat er natürlich den Powershot in der Silber-Variante, why not, Deadball in der Silber-Variante und beziehungsweise Runderball im Deutschen. Ich kann es verstehen, wenn jemand gesagt hätte, ich hätte sehr gerne Runderball auf Gold bei ihm gesehen, kann ich verstehen, aber ich sage es euch, wie es ist, gewöhnt euch an Runderball mit Silber und ihr kriegt die Dinger nearly genauso hin wie mit Gold. Ihr müsst sie nur ein bisschen anders timen und ein bisschen anders aufladen. Dementsprechend nehme ich viel lieber anscheinender Pass und Antizipation in Gold mit, ja, weil ich komme mit Runderball in der Silber-Variante sehr gut klar. Hat ansonsten noch harter Pass, wie gerade schon, oder nicht wie gerade schon erwähnt, aber macht Sinn mit den Flanken-Stats, die er hat. Dann, wie gesagt, anscheinender Pass, Dreieckbälle mit ihm, Zucker mit links und rechts, absolut geil. Der Waschbär sowieso, ne, bester Death-Play-Style. Gerade natürlich auch noch gepaart mit Abdrängen, wenn man mit ihm in die Sidesteps geht. Hat sogar noch Raserei, hat Relentless. Und wenn man auch mal offensiver mit ihm arbeiten möchte, sein R1-Dribbling, gar nicht mal so verkehrt. Und genau dieses Gesamtprodukt, was wir hier gerade sehen, ist der Grund, warum ich ihn bei mir im Mittelfeld gespielt habe. Denn Außenverteidiger habe ich ein paar anständige Leute. Aber für 70k den guten Grimaldons Mittelfeld zu setzen mit beispielsweise Powerhouse, werde ich euch mal ganz kurz von den Stats zeigen. Gebt ihr natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, wie ihr euch mit dem guten Mann austoben könnt. Was hat er für Stats? Oh ja, 2000 Daumen nach oben, 160 nach unten, das ist doch ne schöne Sache. Ich habe ihn, ich geh mal hier ganz kurz nicht ran, auf Powerhouse gespielt. Dann geht er nämlich, weil die anderen Stats natürlich fürs Mittelfeld super sind. 95 Interception, 87 Defense Awareness, 98 Standing Tackle, kommt auf 99 Vision, 92 Crossing, dann auf 96 Kurzpass, 92 langer Pass und 96 Curve. Also alles, was das Herz letztendlich begehrt. Muss man zwar sagen, er fühlt sich nicht ganz so schnell an, wie er aussieht, weil er wahrscheinlich auch mostly explosive ist, aber die Karte hat schon richtig Laune gemacht und damit hüpfen wir dann natürlich sofort auch in die In-Game-Szene. Denn gerade dann, wenn man seinen Körper gut einsetzen konnte, weiß, wann man den Körper reinstellt, wann man für eben die Bälle geht, die man dann per Kreis zurückerobert und allen voran, wann man mit ihm in die Sidesteps geht, macht man ihn wirklich, also der ist unfassbar stark im Mittelfeld. Ich wollte gerade darauf hinauslaufen, das, ja, argumentationstechnisch darauf hinzubiegen, dass ich dann sagen kann, dass der Typ im Mittelfeld eine Waffe ist. Und das würde ich sagen, ist definitiv der Fall. Wenn man bedenkt, wie krass manche Leute den Jirolfo feiern, na, und die am Ende des Tages aber eine ganze Ecke mehr Coins gekostet hatten, natürlich auch mit besseren Stats, bekommt ihr aber ein ähnliches Gesamtpaket fürs Mittelfeld. Wenn wir jetzt über das normale Mittelfeld-Dasein reden, nicht, dass das super, super offensiv sein soll, ja, bekommt ihr ein super Gesamtpaket für eben einfach 70k. Und das muss man ganz klar sagen, ist eine sehr gut konzipierte SPC von EA. Und dementsprechend nehme ich sie dankend an. Auch wenn er nicht die allerbesten Stats hat, es ist nun mal, wie gerade schon eingangs erwähnt, Ribaldo, der natürlich in der Linksverteidiger LM und oder auch in der ZM-Position, wo ich ihn jetzt gespielt habe, wie wir schon sehen, die Bälle gut zurückerobern kann, klappt das alles richtig gut. Und das Schöne ist einfach, 5-Generic-Foot im Mittelfeld ist ein absoluter Segen. Man muss sich nicht darüber Gedanken machen, wann und wie man letztendlich passen möchte. Ich warte darauf, dass die Lücke da ist und er schließt sie dann. Hier gehe ich jetzt, glaube ich, sogar mit ihm noch ins Dribbling und mache einen Finesse-Shot, der sogar reingeht. Ja, war glücklich, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, mit 70 Finishing ist das jetzt nicht oder 72 Finishing ist das jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz war es schon schön, denn wie gesagt, sein Left-Sieg-Dribbling generell und auch einfach sein R1 ist wirklich angenehm, womit man auf jeden Fall arbeiten kann. Dementsprechend Konstitutionierung der ganzen Playstyles. Daumen nach oben von meiner Seite aus. Aber das, worauf es natürlich am Ende des Tages immer ankommt, ist, können wir mit ihm ohne Probleme die Bälle zurückerobern und das klappt natürlich auch ganz entspannt. Ich sehe da auch kein Problem drin, den dann letztendlich als Linksverteidiger zu spielen, wenn man es denn unbedingt möchte. Wie gesagt, Alternativen sind da mehr oder weniger ja auch schon sehr, 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 sehr großzügig gesät. Aber mit Grimaldo hat man dann hier natürlich nochmal einer der interessantesten Karten momentan, die als, oder die im europäischen Fußball unterwegs sind. Na, der Typ ist ja einfach eine absolute Maschine bei Leverkusen und rasiert mit Fremdpong alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Dementsprechend hätte ich es auch voll und ganz verstehen können, wenn sie nicht als SPC gebracht hätten, sondern zum Beispiel einfach ein zweites Team gesetzt hätten. Und ich würde behaupten, dass er normalerweise mehr kosten sollte als 70k. Kann sein, dass das Interesse vielleicht dann doch nicht ganz so groß ist und wir da selber ein bisschen so mit Scheuklappen unterwegs sind, weil die Bundesliga bei uns nun mal direkt vor der Tür ist. Aber unterm Strich kann ich nur eins sagen, die Karte funktioniert einfach richtig gut und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann jetzt gestern Abend, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, weil ich dann ja noch in Dragonstop M2 gegangen bin, nicht ganz so viele Campstyles mit ihm ausprobiert. Dementsprechend lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, welcher Campstyle euch am besten gefallen hat. Aber ich glaube, dass da alles letztendlich möglich ist. Auch wenn das Anker ist, auch wenn es letztendlich Shadow ist, weil man unbedingt Bock drauf hat, man ihn auf Basic lässt, man ihn sogar vielleicht ein bisschen offensiver spielt und dann letztendlich mit Finisher vielleicht nochmal probiert, dort ein bisschen besser im 16er, na, ein bisschen gefährlicher zu machen. Kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Hier habe ich dann gesehen, das allererste Mal, dass er 880 Freekick-Aquity hat. Dachte mir, komm, scheiß drauf, vielleicht kriegen wir den Ball ja trotzdem rein. Yalla, Abfahrt und der Ball geht rein. Genau so wollen wir das. Schmausi, auch nochmal vielen Dank für deinen Resub. Habe mich auch um 7.000 für bedanken. Na, so ist es nicht. So, nüpfen wir jetzt zu den beiden letzten Szenen, denn außer in Standard-Situation, ich habe es dir gerade erwähnt, sind mit Runa Ball auf Silber voll und ganz ausreichend. Da braucht ihr Gold meiner Meinung nach nicht. Das heißt, wir haben eben gerade einen Freistoß gesehen, den wir verwandelt haben. Hier eine wunderbare Flanke auf Konaté. Natürlich auch eine absolute Macht, muss man natürlich sagen, ne, wenn man dann den Ball auf Konaté spielen kann. Generell habe ich hier beim Zuschauer Konaté mit Bongiorno gespielt. Das ist halt so eine Budget-In-Verteidigung aus der Hölle, ey. Das ist einfach der Wahnsinn. Naja, das Einzige, was man irgendwo kritisieren kann, es gibt halt Szenarien, wo man halt merkt, dass er mostly explosive ist. Das heißt, da kann er manchmal auch im Mittelfeld ein bisschen an Tempo verlieren, aber unterm Strich, wie gesagt, für 70k würde ich ja nicht großartig hinterherweinen. Hinzu kommt natürlich auch, dass er mit den Stats, dadurch, dass er jetzt auch nicht ganz so ultra krasse Face-Stats hat, jederzeit natürlich in eine SPC beziehungsweise eine Evo passen kann. Denn 93 Tempo, 83 schießen, 88 passt, 91 Trebleibling, 84 Dev, 81 Physis, ist jetzt nicht super krass, ne, aber lässt sich natürlich mit den Campstats bei ihm gut ausgleichen. Das ist das, was ich ja letztendlich gemacht habe und wie ich ja schon erwähnt habe, wo er sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich würde definitiv zu jedem von euch sagen, nehmt den mit, wenn ihr ein bisschen am Craften seid, wenn ihr ein paar Spieler in dem Segment rumliegen habt, und das sollte normalerweise nicht das Problem sein, und dann könnt ihr den auch im Fall der Fälle im Verein versauern lassen und einfach mit ihm Spaß haben. Denn ihr könntet hier wahrscheinlich eine definitiv adäquate Variante draus machen, neben seiner Totskarte, wenn die dementsprechende Evo kommt. Also, das war's von meiner Seite aus. Checkt gerne den Stream ab, Twitch.tv, Slash, Dihan. Ansonsten euch allen viel Spaß in der Weekly League und schönes Wochenende. Peace, peace. Hatte dann. Ciao.